Yamaha AC-3M Yamaha AC-3M Hallo, herzlich willkommen auf musikmachen.de. Jens Hilser, wieder mal hier für euch. Heute mit der Yamaha AC-3M. Die Yamaha AC-3M ist eine wirklich akustisch zu spielende Steel String-Gitarre im Konzertformat mit Cutaway. Massiver Sitka-Fichtendecke, massiven Mahagoni-Zargen, massiven Mahagoni-Body und natürlich einen massiven Mahagoni-Hals. Ebenholz, Griffbrett. Alles, was man für eine vernünftige Steel String-Gitarre braucht, ist dran. Und der besondere Clou an diesem Modell, wie auch an den höheren Modellen, ist das benutzte, eingebaute SRT-Studio-Response-Technology-Pickup-System. Was einerseits ein ganz normales Piezo-Signal aufnimmt, andererseits aber auch drei verschiedene Modelling-Signal. Was einerseits ein ganz normales Piezo-Signal. Was einerseits ein ganz normales Piezo-Signal.